So, jetzt ist es soweit. Jetzt reichen wir Verfassungsbeschwerde ein gegen den Atomausstieg. Der Atomausstieg gefährdet unsere Rechte, unsere Grundrechte, das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Der Atomausstieg fällt zu Klimawandel bei, der Atomausstieg fällt zur Luftverschmutzung bei. Der Gesetzgeber hat bislang nichts dagegen getan, um unsere Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit zu schützen. Und deswegen ist es Zeit für eine Verfassungsbeschwerde. Wir fordern den Gesetzgeber auf, das Atomrecht an die neuen Erkenntnisse der Wissenschaft zum Klimawandel und zur Sicherheit der Kernkraftwerke anzupassen. Deswegen jetzt Verfassungsbeschwerde. In welcher Form?